Hallo, ich bin Darina, das ist mein Freund Pirel. Wir sind heute zufällig hier gelandet, ich kenne ihn aber durch ein Praktikum. Wir haben zusammen gearbeitet und dann haben wir uns gestern getroffen und spontan hergekommen. Es war sehr schön, es ist noch sehr schön. Und geboren bist du so? Ich bin Ukrainerin. Die Welt ist verkemmlich, das ist so schön, wir haben wirklich die Welt hier. Ja, er kommt aus der Hochzeit. Es ist schön, dass ihr da seid. Sehr Multikulti hier, sehr schön. Und das ist genau was wir wollen, wir wollen wirklich zusammenkommen, zusammen leben und genießen einfach diese lebenden Geschenke. Abbrauch für die beiden hier! Ja man, prästig! Und wie gefällt es euch, wie gefällt es euch, diese Farbe, ganze Bunde. Und verschiedene Nationalitäten, das ist sehr gut. Das tut gut, finde ich auch. Das ist echt sehr, sehr gut. Zusammen musicieren, zusammen zu erkennen lernen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr angenehm. Cool, sehr gut. Applausieren! Ich bin Romy, ich bin auch Gymnitzerin und ich bin die Mama von Big Buddha. Applausieren! Superstar! Ja man! Ja, und wir sind gemeinsam heute mit dem Fahrrad aus Rabenstein hier angekommen. Und es ist sehr schön hier. Wir freuen uns schon, dass ihr da seid. Schön, dass wir kommen dürfen. Oh man! Nächstes Mal. Einmal im Monat. Ja, gerne! Du bist, ne? Ich fahre mit Salom-Jump-Session. Genau. Kofferling wird zusammen mit der CVJM Computer Group hier. Und es tut uns richtig gut. Wir haben einen großen Raum hier. Ein Haus mit vielen Funktionenräumen. Wir lesen. Großer Garten hier. Beim schönes Wetter kann man draußen also Session machen. Schlechtes Wetter kann man reden. Das heißt, wir leben in allem. Es gibt keine schlechten Wetter bei uns. Also, mehr Informationen schauen einfach an unsere Website www.kokai-motto.de Da könnt ihr ja so alles erfahren. Alles was wir machen. Dankeschön nochmal. Danke für die schöne Zeit. Respekt!